Ja, fantastisch, aber natürlich genau das konträre Programm zu Jerks, muss man ganz ehrlich sagen. Da dackelst du halt zwei Stunden einen Berg hoch und dann musst du zwei Stunden in die Maske und dann bist du auf dem Berg und dann sind die Pferde schon ein bisschen unruhig und dann drehst du eine halbe Stunde und dann gehst du wieder zwei Stunden runter den Berg, dann musst du abgeschminkt werden und dann kippst du kaputt, also holst sie noch schneller runter, gehst auf Toilette und dann gehst du ins Bett, so. Aber das ist jetzt, also das... Aber das ist jetzt... Naja, ich nicht, jetzt aber die anderen Winnetou und ich denke mal Old Shatterhand auch. Old Shatterhand, der shattert sich ein. Egal, Winnetou, der... Ich verstehe. Ja, vielleicht machen die es auch brüderlich, gegenseitig. Keine Ahnung, nee, aber das steht an und das ist ein fantastisches Projekt geworden, weil es wirklich kinoreif fürs Fernsehen ist. Ich weiß nicht, wenn du da was sehen kannst, freu dich drauf. Das ist natürlich, sagen wir mal, in vieler Hinsicht auch ein aufwendigeres Ding gewesen. Und das sieht man.